Die Firma Konrad und mich gibt es seit 58 Jahren und ich kann es immer noch nicht lassen. Haraußen habt ihr schon viel gesehen, aber jetzt zeige ich euch was, was ihr noch unbedingt braucht. Kommt mit! Und was darf in einem Garten nicht fehlen? Feuerschallen und Griller. Schaut, was für tolle Sachen wir hier haben. Wenn eure Gäste auf der Grillparty dann fragen, warum eure Pflanzen so wuchern, sagt ihnen, dank Bio-Kaner ist für eure Pflanzen drinnen und draußen immer die richtige Wahl. Ich will euch nicht umgeben, ob ich wirklich alles, sogar eine Riesenauswahl an Glashäusern, aber das zeige ich euch in einem anderen Film. wir sagen, wir seh uns WEX Video an. Ich würde euch gerne machen. Wir gehen. êm